Oh ja, Israel, jetzt ist mir für die Schlümpfe endlich etwas ganz Besonderes eingefallen. Eine entzückend tödliche Krankheit. Man nennt sie den Hüpf-Husten. Diese Krankheit wird die Schlümpfe unkontrollierbar hüpfen und husten lassen wie einen Haufen kleiner blauer Frösche. Nun ja, und Schlümpfe, die durch die Gegend hüpfen und husten, kann man natürlich ganz leicht fangen. Und jetzt noch die letzten Zutaten. Zwei Hasenhaare, Springbohnen und drei Gramm Hopfen. Ach, Israel, ist es nicht amüsant, dass die Krankheit, die diese widerliche stinkende Pest vernichtet, wie ein Hauch im Morgenwind auf sie niederschweben wird. In kürzester Zeit werden alle Schlümpfe in meine Falle gehüpft sein. Na los doch, Freunde, jetzt seid ihr dran. Mach doch mal. Babyschlumpf möchte anscheinend auch gern Schlumpfrosch spielen. Ja, es wird nicht mehr lange dauern, dann kann Babyschlumpf genauso hüpfen wie dir. Oh je, irgendwas stimmt mit Baby nicht. Hey, Baby hat sich doch hoffentlich nicht erkältet. Also so eine Erkältung habe ich noch nie gesehen. Ach du armes Kleines, wir müssen dich sofort zu Baba Schlumpf bringen. Es hustet und hüpft dabei. Das ist ja eine eigenartige Erkältung. Baby, komm zurück. Baby Schlumpf, wo willst du hin? Komm zurück. La 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 la. La 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 la. Hey, Toulousey Beauty, haltet Baby auf. Wusy, guck da. Notre Dame de Fleur. Voila, ich habe gefangen, das üpfende Baby. Vichy sois, das Baby ist entkommen. Ich fang den kleinen Scheihals. Ich hab ihn. Hoffentlich geht's unserem Baby bald wieder besser. Keine Sorge, Beauty, Papa Schlumpf wird schon ein Mittel finden. Ein geschultes Ohr, hört das doch sofort. Baby hat entweder eine leichte Foschisipovir oder einen Anfall von Springilitis. Das glaube ich nicht, Schlaugi. Ich, äh, äh, also ich eigentlich auch nicht, Papa Schlumpf. Es war nur der Versuch, den anderen Schlümpfen die Sorge um Baby zu nehmen. Baby Schlumpf hat leider eine sehr schwere Krankheit. Wie heißt sie denn, Papa Schlumpf? Es ist eine seltene und oft tödliche Krankheit, Hüpfhusten genannt. Oh nein, der Hüpfhusten. Und was kann man dagegen tun? Drei Dinge brauchen wir, um Baby zu heilen. Und wie wäre Papa Schlumpf? Als erstes brauchen wir Penicillium-Schlamm aus den Schlamminen. Den besorge ich natürlich, Papa Schlumpf. Gut, Schürfi Schlumpf. Und du, Handy, musst ein Reagenzglas mit Dampf aus der Dämonenquelle holen. Ist so gut wie erledigt, Papa Schlumpf. Das Wichtigste für die Medizin jedoch ist die Schwanzfeder eines hüpfenden Storches. Hefti, ich möchte... Bin schon auf dem Weg, Papa Schlumpf. Äh, wo findet man denn sowas? Auf dem bösen Berg. Dem bösen Berg? Diese Karte wird euch den Weg zeigen. Da ich ein außergewöhnlich guter Landkartenleser bin, werde ich, Schlaubi Schlumpf, Heftis Bergsteigergruppe anführen. Gut, Schlaubi, ich bleibe hier und sorge dafür, dass sich die Seuche nicht weiter ausbreitet. Aber wir müssen das Mittel noch vor Sonnenuntergang haben. Sonst werden wir uns alle an der Krankheit anstecken. Oh, das ist das. Ja? Noch höre ich keinen einzigen Hust, Asriel, aber es wird nicht mehr lange dauern. Äh? Viel Glück, meine kleinen Schlümpfe, und seid schön vorsichtig. Aber klar, Papa Schlumpf. Noch niemals war ein Schlumpf wie auf dem bösen Berg. Mach dir keine Sorgen, Hefti. Es kann uns überhaupt nichts passieren, weil ich, Schlaubi Schlumpf, der Leiter dieser Expedition bin. Wenn du das sagst, muss es ja stimmen. Lalalalalala. Lalalalalala. Klamzi! Oh, hallo, Schlaubi, Hefti, Naturri. Was zum Teufel hast du denn hier verloren? Ich will Baby doch auch helfen. Nun sei doch nicht töricht, Klamzi. Bergsteiger müssen gut zu Fuß sein und beweglich. Du bist toll, Patschig. Ah, stimmt ja, das hatte ich ganz vergessen. Du gehst besser wieder ins Dorf zurück. Na gut, Schlaubi. Also ich verstehe das nicht. Manche Schlümpfe kennen aber auch gar nicht ihre Grenzen. Und kein Schlumpf heißt das besser als du, nicht, Schlaubi? Los, auf geht's! Klamzi, Klamzi, Klamzi. Wie sollen wir die Feder vom hüpfenden Storch besorgen, wenn du uns immer aufhältst? Wenn Papa Schlumpf deine Hilfe gewollt hätte, hätte er dich zu den Dämonenquellen oder den Schlamminen geschickt. Aber nicht doch, Klamzi. Deswegen musst du dich doch nicht gleich derart echauffieren. Ah, Asrael! Fangen Sie, Asrael, fangen Sie! Lass Sie nicht entkommen, du räudiges Mistfieh! Oh, Pfeil, jetzt war es ungemütlich. Elisa! Jetzt sind wir in der Falle, was nun? Ah, da kommt ja unser Führer. Fragen wir doch ihn. Elisa! Ich hab ihn! Nun fern ihn doch diesen... Ah! Schaut mal, wir haben kostbare Zeit verloren. Nur nicht aufgeben, Hefti, wir schaffen das schon. Aua! Aua! Ach, sie sind entkommen, Asrael. Was soll's? Ein paar Schlümpfe haben sich sicher schon mit dem Husten angesteckt. Sonst wären sie ja nicht auf dem Weg zum bösen Berg. Autsch! Also gut, sollen sie sich doch ihre Feder holen. Wir können sie immer noch bei der Schlammmine schnappen. Oh, Pfeil, hoffentlich ist ihnen nichts passiert. Ach, herrje, sie haben die Karte verloren. Jetzt werden sie den hüpfenden Storch niemals finden. Ich bringe die Karte lieber zu Papas Schlumpf. Aber Schlaubi braucht sie doch. Aber Schlaubi wird sauer, wenn ich ihm wieder folge. Aber Papa Schlumpf wäre sauer, wenn ich... Unser armes Baby wird immer schwächer, Poeti. Wir brauchen das Mittel ganz dringend. Das Baby war noch ganz gesund, bevor es kam, so auf den... Oh, yeah! Das ist er ja, der böse Berg. Ich hab doch gesagt, ich will ihn finden. Den Berg zu finden ist eine Sache. Rauf zu klettern, eine andere. Keine Sorge, Hefti, die Berge sind doch unsere Freunde. Der sieht aber nicht besonders freundlich aus. Mir ist es aber ganz schön gruselig. Lass uns schnell unseren Dampf holen und dann nichts wie weg hier. Ah, ich hasse Dampf. Da müssen sie sein, die Schlamminen. Das ist mein schönstes, unter Tage zu schürfen. Noch mehr Schlumpf-Spuren, Azrael. Sie sind da drin, gefangen. Papa Schlumpf hat gesagt, wir müssten erst den Wiegenfels finden und dann sollten wir der Karte folgen. Oh, Feier. Auf den Berg schaff ich es nie und nimmer. Aber Schlauvi braucht doch die Karte, um den hüpfenden Storch zu finden. Ich muss es versuchen. Oh, je. Ich muss es normal versuchen. Zellavi, das wird meine schönste, aber auch meine letzte Meisterwerk werden. Nicht doch, Toulouse. Die Expeditionen haben noch einen halben Tag, um die Essenzen für die Medizin herzubringen. Ah, oui, Papa Schlumpf, aber, aber, sa, sa, äh, sacre bleu. Ich glaube, jetzt habe ich auch den Hüpf, äh. Erstaunlich. Das sind die, oh, die Dämonenquellen. Schnee den Dampf holen und zurück nach Hause. Ich würde ja gern wissen, warum man diesen Ort Dämonenquellen nennt. Ich will es überhaupt nicht wissen und jetzt drödel hier nicht rum. Ich hasse Dämonenquellen. Oh, Eviney. Wir sind unzingelt. Oh, Handy, wenn wir es nicht schaffen, den Dampf ins Dorf zu bringen, wird Baby nie wieder gesund werden. Lass ihn nicht weghüpfen, Tauti. Festhalten. Oh, sacre bleu. Ins Bett mit ihm, aber sofort. Hier, Papa Schlumpf. Ich hoffe, diese kleine Überraschung heitert dich etwas auf. Dank dir, Jokey, aber jetzt nicht. Aber Pa, Pa. Tschüss. Das ist der Wiegenfels, wie Papa Schlumpf gesagt hat. Zeit für euren Bergführer, Papa Schlumpfs Karte zu lesen. Würdest du sie bitte mal aus meinem Rucksack nehmen, Hefti? Schlaubi, die Karte ist weg. Dann habe ich sie auf der Flucht verloren. Wie finden wir denn jetzt das Nest vom hüpfenden Storch? Oh, jetzt reicht es mir aber langsam. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, meine Freunde. Ich, Schlaubi Schlumpf, habe diese Karte natürlich in meinem Gedächtnis gespeichert. Erst gehen wir drei Schritte vorwärts, dann zwei Schritte nach rechts und dann abwärts. Schlaubi! Festhalten, Naturi! Mist, Schlaubi, du hast deine Karte verloren. Es ist hier drin ja so dunkel, ich kann dich kaum sehen. Pewdie, du solltest dir um Babysorgen machen und nicht um dein Aussehen. Es kann nicht mehr weit sein. Meine Fresse, da ist es. Wow, das sieht ja abscheulich aus. Papa Schlumpf sagt, dieser Schlang heilt beinahe alles. Hauptsache er heilt den Hüpf-Husten. Sie versuchen also den Hüpf-Husten zu heilen. Nee. Das werde ich nicht zulassen. Wenn dieser Felsbrock auf sie dauffällt, werden sie ihren albernen Plan wohl aufgeben müssen. Sehr schwer, dieser Felsbrock. Es hilft nichts Pewdie, wir brauchen diesen Schlang, um die Medizin gegen die Hüpf-Husten herzustellen. Ich finde ihn aber immer noch grässlich. Ah, das ist doch schön. Jetzt gehts los, Asseil. Oh, aufpassen. Oh, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich hab noch nie im Leben eine Schacht schreien hören. Nur noch ein paar Stunden bis zum Sonnenuntergang, wir müssen uns beeilen. Da ist die Klippe. Und da der hüpfende Storch. Ja, wir müssen über ihn hin wegklettern und dann einen Schlumpf in sein Nest runterlassen. Ich bin heute schon genug runtergelassen worden, ohne mich. Oh, helft die Bitte, lass mich das machen. Tut mir leid, Klamsi, aber Naturi ist wohl besser geeignet. So ist es. Aber Schlumpf hat doch gesagt, Naturi ist der einzige Schlumpf, der den Storch bitten kann, uns eine seiner Federn zu überlassen. Die Schlümpfe in der Schlammine haben doch nur Glück gehabt, Asseil. Dafür müssen eben jetzt die anderen daran glauben. Sieh mal einer an, es scheint, als bräuchten wir überhaupt keinen Finger zu rühren. Oh, Asseil, das verspricht ein großartiges Schauspiel zu werden. Gah, ha, 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 ha. Gah, ha, ha, ha. Gah, au, ha, 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 ha. Was ist das? Ach, das kitzelt, ha, ha, ha. Die Pies und auf dem Mond sind ja ganz grauenhaft, doch. Gah, ha, ha, ha. Vielleicht sind sie doch nicht so grauenhaft, wie ich dachte. Gah, ha, ha, ha. Jetzt aber los. Wir können immer noch vor Sonnenuntergang zu Hause sein. Baby, komm zurück. Bringt alle Schlümpfe, die den Hüpf-Husten haben, in mein Haus. Ja, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf, wir haben den Schlumpf. Baby, warte doch mal. Haha, ich hab Baby gefangen, Papa Schlumpf. Gut gemacht, Schurfi. Und ihr habt den Penicilliumschlamm? Hier ist er, Papa Schlumpf. Gut, gut. Hoffentlich kommen die anderen rechtzeitig zurück. Unser gefiederter Freund ist noch da. Gut, Schlaubi und ich werden dich abseilen. Alles klar, ich bin so weit. Hey, Hefti, ich würde gern helfen. Äh, hier, Klamsi. Binde doch mal das Seil um, Naturi. Oh, natürlich, Hefti. Ach, Klamsi! Oh, der arme Klamsi. Wenn ich ihn doch nur zu Lebzeiten besser behandelt hätte. Wenn ich doch nur nicht so gemein zu ihm gewesen wäre und ihn andauernd einen tollpatschigen Unge... Alles in Ordnung. Höh? Alles in Ordnung? Tach, mein Vögelchen. Ha! Jetzt hör mal zu. Du kommst sofort wieder hier nach oben, du tollpatschiger Unge... Oh nein! Hochfeuer! Hey! Lass ihn los, Storch! Nein! Nein, bloß nicht! Nicht loslassen! Bitte bring ihn wieder zurück! Oh, der arme Klamsi! Jetzt können wir unser Dorf nicht vor dem Hüpfhusten retten! Was können wir denn jetzt noch unter, unter, unter... Oh nein! Alle arme Klamsi! Ah, ha! Uuuuh! Uh! Ha! 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 Oh! Ha! Ha! Oh! Und ich dachte schon, das ist das Ende. Es ist das Ende. Oh je, Mini. Es ist so, als ob alle Schlümpfe im Dorf den Hüpf-Fusten haben. Ich hasse den Hüpf-Fusten. Ich hasse... Ist dir was passiert, Muffi? Ich hasse Tirelli, Tirelli. Komm schon, Schlumpfine, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Ach, Papa Schlumpf, ist es zu spät. Na ja, Schlumpfine, ohne die Feder des hüpfenden Storches kann die Medizin nicht wirken. Oh je. Oh je. Oh je. Sie ist vom Winde verweht. Erstaunlich. Schlumpfine, komm zurück. Oh mir, willst du den Hüpfel doch, ich fliege weg. So war es, sie ist weggeflogen. Vielleicht dreht sich der Wind. Und was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Folgt mir. Rauch schaffe ich den Berg ja wohl nicht. Höchstens runter. Oh weia, ich hoffe ja nur, dass ich... Wenn ich wenigstens was zu essen hätte. Bergbeeren. Hey, scheint ja mein Glückstag zu sein. Ich schmeck dir richtig gut. Ach, da ist er wieder, der Storch. Oh je. Hast du Probleme, Vögelchen? Nur keine Bange. Ich helf dir. Oh weia, hallo Kätzchen. Ja, jetzt geht das wieder los. Ach, was für ein schlimmer Tag. Wenn ich doch wenigstens davon träumen könnte, die Schlumpfverein für alle mal zu fangen. Oh je. Oh je. Hey, Assail. Hast du das gehört? Eine Schlumpfine, die fliegt. Oder ist das alles etwa nur ein Traum? Oh je. Ich will dir ja direkt auf Gargamels Haus zu. Ich träume nicht. Sie fliegt genau in meine Richtung. Oh 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 oh. Dann wird ja heute doch noch alles gut. Oh je, wie ne. Wie soll ich bloß wieder nach unten kommen? Hierher geflogen. Oh, Gargamels. Ja, hier ist die Einflugschneise. Ja, oh verdammt. Komm zurück, du blauer Mistkäfer. Ja. Oh. Oh. Ich schwebe ja ins Dorf zurück. Oh. Ach herrje. Schlamm zu kochen ist nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung. Aber irgendjemand muss es ja machen. Ich mache am besten gleich genügend fürs nächste Jahr mit. Puh. Ich kriege dich. Und wenn es das Letzte ist, dass ich... Ah. Nun muss ich das schreckliche Zeug nur noch abliefern. Also gut. Du meine Güte. Das ist ja wieder stark geworden. So. Bloß weg damit. Auf lieber Wiedersehen. Wie bin ich bloß hierher gekommen? Sie kommt wieder zurück, meine kleinen Schlümpfe. Alle Schlümpfe stillhalten. Ich hab sie. Hefti kommt zurück. Hefti kommt zurück. Ah, Hefti. Wir hatten schon die Hoffnung verloren. Hallo Jungs. Wir haben den Schlamm und auch den Dank. Alles was wir jetzt noch brauchen ist. Tut mir leid Papa Schlumpf. Wir... Wir haben versagt. Wir haben es nicht geschafft, die Fieder zu besorgen. Und obendrein ist uns Klamm sie verloren gegangen. Klamm sie? Ich war so beschäftigt. Ich hab gar nicht gemerkt, dass er weg ist. Was ist passiert? Wir hatten deine Landkarte verloren. Klamm sie fand sie. Und der tapfere kleine Kerl ist uns gefolgt. Und dann fiel einer in das Storchnest und der Storch ist glatt mit ihm nach vorn geflogen. Ach, Papa Schlumpf. Wir werden den armen Klamm sie niemals wieder so... Grüß dich, Schlamm. Hier ist die Feder, Papa Schlumpf. Hey! Anständig von dir, dass du ihm die Karte hinterher getragen hast, Klamm sie. Aber wie hast du den hüpfenden Storch dazu gebracht, dich nach Hause zu bringen? Wir haben uns sehr gut verstanden, Papa Schlumpf. Sieh mal einer an. So, hiermit ist die Medizin gegen den Hüpfhusten fertig. Und die müssen wir jetzt trinken? Na ja, ähm, 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 nicht direkt. Eigentlich nicht. So, alle Schlümpfe, die den Hüpfhusten hatten, sind kuriert. Und die Impfung wird dafür sorgen, dass die anderen Schlümpfe sich nicht anstecken. Wir sind alle stolz auf dich, Klamm sie. Wenn du den hüpfenden Storch nicht überredet, hättest du uns eine seiner Federn zu überlassen. Na ja, da... Ouch! Ouch! Ouch!